Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. Ja, dieses Mal zeige ich euch, was ich euch eigentlich letztes Mal schon zeigen wollte, und zwar rekursive Methodenaufrufe. Rekursiv bedeutet, sich selbst wieder aufzurufen. Das heißt, eine Methode kann sich auch selbst wieder aufrufen. Die, die jetzt schon verstanden haben, was ich meine, können gerne wieder abschalten und genießen, dass sie so schlau sind. Ansonsten zeige ich euch einfach, was ich meine. Und das beliebteste Beispiel dafür ist einfach Fakultät berechnen. Also ich nenne es jetzt einfach mal Fakultät. So, und ja, wir haben hier meistens ein N und das war es auch schon. Und diese Methode existiert jetzt hier nicht mehr, deswegen kann man die einfach mal rauslöschen. Und ich sage jetzt hier einfach mal Programm.Fakultät und da muss dann ein N rein, zum Beispiel 5. So, was dieses N jetzt kann, Achtung, ich habe auch kein A und B mehr, deswegen muss das hier raus, aber es liefert mir immer noch ein Integer zurück. Okay, Fakultät, für die, die es nicht wissen, schreibt sich 5 Ausrufezeichen, zum Beispiel. Kann natürlich kein Programm so in dem Sinne easy machen. Gibt auch effizientere Berechnungen, aber es ist einfach das Standardbeispiel, wo man sich einfach wieder selbst aufruft. Das bedeutet, sagen wir mal, wir haben 10 oder 5 Fakultät reicht eigentlich aus. 5 Fakultät ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 fertig. Okay, wie wir das jetzt machen, ist, wir sagen, okay, 5, also return 5 und dann mal, beziehungsweise nicht 5, sondern in unserem Fall N, weil wir es ja N hier als Parameter haben. Und dann wollen wir die Fakultät von einem drunter, also sprich 4 und das würde wiederum 3 aufrufen, das wiederum würde 2 aufrufen und das wiederum würde 1 aufrufen. Sprich, wir sagen N mal Fakultät von N minus 1. Das heißt, wir verkleinern N um 1 und das geben wir zurück. So, irgendwann kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir bei 1 sind und dann würde 0 aufrufen werden. Dann würden wir hier 0 mal irgendwas zurückkriegen und dann würde aber minus 1 aufrufen werden. Das würde sich endlos wiederholen und das wäre dann ziemlich blöd. Deswegen muss man hier jetzt noch irgendwie ein Abbruchkriterium einführen für die meisten oder für eigentlich alle rekursiven Methoden braucht man das. if N gleich 1, nein, böse, ich sollte euch guten Stil beibringen, return 1. Also wenn N gleich 1 ist, dann geben wir 1 zurück und ansonsten geben wir N mal Fakultät von N minus 1 aus. Okay, wir können natürlich auch schon bei 2 abbrechen, dann sind wir ein Durchlauf schneller. Geben wir halt direkt 2 zurück, ist ja egal, denn Fakultät von 2 ist ja 2, das wissen wir ja. Okay, so und wenn wir das jetzt aufrufen, dann kriegen wir automatisch hier die Fakultät von 5 berechnet. Wenn ich das jetzt hier mit einem Taschenrechner nachprüfen will, dann rechne ich einfach 5 mal 4 mal 3 mal 2 und dann haben wir 120, das heißt wir haben alles richtig gemacht. Ja, wir können das natürlich jetzt auch noch mit so Zahlen wie 100 oder sowas machen, aber dann wird es ein bisschen rechenintensiver und wir haben ein Overflow. Was das ist, habe ich euch glaube ich in dem variablen Video schon erklärt. Das bedeutet einfach, dass die Zahl zu groß ist. Ähm, deswegen ein bisschen kleiner, vielleicht mit 20, wobei das auch schon riesig ist. Ja, haben wir auch schon Overflow, sehen wir daran, dass wir bei minus irgendwas sind, was ja nicht sein kann. Ähm, ja wir sehen, Fakultät ist ziemlich verdammt groß und deswegen müssen wir vorsichtig sein. Hier, haben wir jetzt vielleicht schon Overflow, wir wissen es nicht genau, ähm, ihr könnt es gerne mal nachprüfen. Ähm, wenn wir jetzt diesen Overflow haben, dann sagen wir hier einfach, okay, wir geben Int64 zurück. Und, äh, was ist jetzt los? Achso, ja natürlich, ähm, schauen wir einfach mal nach, was wir hier empfohlen kriegen, wenn wir Int eingeben. Int64 wird groß geschrieben, warum auch immer. Okay, äh, wenn wir das jetzt starten, dann, ah, wir sehen, wir hatten ein Overflow, ähm, es ist nämlich tatsächlich, äh, Fakultät von 15 ist riesig, scheinbar. Und passt nicht mal mehr in den normalen Integer rein, okay. Okay, ähm, gut. Aber ja, das ist ein rekursiver Methodenaufruf und ihr habt jetzt auch mal den Overflow kennengelernt. Der passiert schon bei Fakultät von 15, was ein bisschen doof ist. Ähm, aber ja. Es gibt sicherlich noch irgendwelche Bibliotheken oder sowas von C Sharp, ähm, wo man... Ich könnte eigentlich gerade mal kurz gucken. Perfekt, und ich hab's gefunden, ähm, ihr müsst dazu einfach using und dann system.numerics nur... Und dann müsst ihr noch ein paar Sachen importieren, deswegen, äh, ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, erinnert mich dran, dann mach ich dazu ein Video und, ähm, zeig euch, wie ihr Sachen importieren könnt. Gut, aber zunächst einmal in 64 sollte eigentlich für die meisten Sachen reichen. Ähm, ja, schön. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, was rekursive, ähm, Funktionen oder sowas haben. Ihr könnt dadurch auch übrigens irgendwie was leichteres machen, wie statt mal hier einfach ein Plus berechnen. Ähm, und zum Beispiel eine Fibonacci-Folge, dann haben wir nicht so schnell einen Überlauf. Ähm, aber ja, ähm, das überlasse ich euch als, was weiß ich, Übungsaufgabe, wenn ihr es so wollt. Und, ähm, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.